Wirklich alle erfolgreichen Menschen haben eines gemeinsam. Sie hören niemals auf zu lernen. Ohne ständiges Lernen, ohne stetige Verbesserung von Fähigkeiten ist kein großer Erfolg möglich. Meine Empfehlung für dich, lerne, lerne was du lernen kannst. Lerne und werde ein Experte auf deinem Gebiet. Erlerne alle Fähigkeiten, die du brauchst, um deine Art von Erfolg zu verursachen. Jeder Mensch kann zu einem lebenslangen Lerner werden. Es ist nur deine bewusste Entscheidung. Deine Entscheidung und Neugier. Plane deinen Lernfortschritt. Wie viele Stunden wirst du in diesem Jahr auf das Fernsehen verzichten? Wie viele Bücher wirst du in diesem Jahr lesen? Wie viele Kongresse und Seminare wirst du besuchen? Wie viele Kurse wirst du absolvieren? Höre auf, deine wertvolle Lebenszeit zu verschwenden mit Ablenkung und Nichtigkeiten. Verbessere deine Fähigkeiten. Lerne, lese, werde zu einem Experten auf deinem Gebiet. Stetiges Lernen ist ein wichtiges Geheimnis für deinen Erfolg und für die Qualität deines Lebens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017